Torhüterbeben beim FC Bayern. Der deutsche Rekordmeister hat seinen langjährigen Torwarttrainer Toni Tapalowitsch gefeuert. Es ist eine Geschichte von Maulwurfvorwürfen, Streit und fehlender Kommunikation. Gerade für den verletzten Manuel Neuer ist das ein schwerer Schlag. Warum das so ist und wie es dazu kam, all das erklären wir euch jetzt. Dieser Paukenschlag überschattet selbst Serge Gnabrys Ausflug zur Pariser Fashion Week. Der FC Bayern München hat Torwarttrainer Toni Tapalowitsch mit sofortiger Wirkung freigestellt. Gerade einmal 69 Wörter hat der FCB für die Pressemitteilung übrig, in der der Abschied des 42-Jährigen kommuniziert wird. Nicht gerade viel für einen Mann, der seit 2011 maßgeblichen Anteil daran hatte, dass Manuel Neuer zu einem der besten Torhüter aller Zeiten wurde. Die Begründung der Bayern, insbesondere Differenzen über die Art und Weise der Zusammenarbeit hätten dazu geführt, dass man getrennte Wege gehe. Gesagt hat das Sportdirektor Salihamidzic, diese Differenzen sollen vor allem zwischen Cheftrainer Nagelsmann und Tapalowitsch bestehen. Kurz vor der Entlassung hatte sich Nagelsmann auf einer PK noch zu dieser Thematik geäußert. Generell ist es immer wichtig, zu allen Personen in deinem Trainerteam ein intaktes Verhältnis zu haben. Eine professionelle Zusammenarbeit geht immer im Sinne der Sache. Klingt nicht gerade nach Eitel Sonnenschein. Ob er da schon von der Entlassung wusste? Zwischen Nagelsmann und Tapalowitsch soll es zum Bruch gekommen sein. Laut Sport1 hat Tapalowitsch interner aus der Trainerkabine an seinen besten Kumpel Manuel Neuer und damit an die gesamte Mannschaft weitergetragen. Für den Chefcoach ein No-Go. Apropos Neuer und Tapalowitsch, beide waren schon zu Schalker Zeiten eng befreundet. Gemeinsam wechselten sie aus Gelsenkirchen nach München. Auf Neuers Hochzeit stand Tapalowitsch als Trauzeuge parat, gemeinsam waren die beiden auch in Kroatien im Urlaub. Ein unzertrennliches Duo neben dem Platz. Und auf dem Platz? Gerade der Umgang mit Neuers potenziellem Nachfolger Alexander Nübel brachte Tapalowitsch viel Kritik ein. Auch intern. Im ZDF-Sportstudio beschwerte sich Nübel, der ja derzeit an Monaco verliehen ist, öffentlich. Zitat, Ich glaube schon, dass man sich ab und zu hätte austauschen können, über die Situation, wie es läuft. Aber das war nicht der Fall. Aussagen, die auch beim FC Bayern für eine Reaktion sorgten. Sportvorstand Hasan Saljamicic kritisierte Tapalowitsch bei BILD öffentlich und kündigte Gespräche an. Gespräche, nach denen Tapalowitsch plötzlich entlassen wurde. Der reagiert in einem Instagram-Post. Nach mehr als einem Jahrzehnt endet heute überraschend meine Zeit beim FC Bayern München. Mit warmen Worten dankt er den Menschen, mit denen er zusammenarbeiten durfte. Auffallend an dem Post jedoch, neben Bildern mit Neuer und Müller zeigt sich Tapper auch mit den Trainern Heinkis, Guardiola, Antelotti, Kovac und Flick. Nur nicht mit Nagelsmann. Auch Manuel Neuer reagiert auf die Entlassung via Instagram, nennt ihn einen Pionier des modernen Torwartspiels und fügt an, Jeder, nicht nur in München, weiß, dass all diese Erfolge ohne dich niemals möglich gewesen wären. Die Wichtigkeit dieser Personalie für den verletzten Neuer ist nicht zu unterschätzen. Jan Sommer und Alexander Nübel wollen ebenfalls die Nummer 1 bei den Bayern werden. In diesem Konkurrenzkampf wird Neuer nach seiner Verletzung ohne seinen größten Unterstützer gehen müssen. Die Zeit der Sonderbehandlung ist endgültig vorbei. Die Entlassung von Tapalowitsch ist eine klare Message der Bayern-Bosse an ihren Kapitän. Und kann zum Anfang vom Ende von Manuel Neuer beim FC Bayern München werden. Was haltet ihr von der Entlassung? Ist damit das Aus von Manuel Neuer ebenfalls besiegelt? Schreibt es uns in die Kommentare und gebt uns einen Daumen hoch, wenn euch das Video gefallen hat.